So, guten Abend Michael. Es freut mich, dass du Zeit gefunden hast, mit mir ein bisschen zu plaudern. Ja, ich freue mich auch. Schön. Also was ich heute, was mir am Herzen lag, das sind die Schwingungen. Ich habe vorhin gepostet auf der Webseite, wir hatten heute Morgen schon eine gewahnsinnig große Steigerung gegenüber gestern. Und das war interessant, ich habe heute Morgen um vier Uhr den Auftrag sozusagen bekommen von Tischer aufzustehen und zu messen. Habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich wiederum die Erinnerung bekommen von Tischer gegen Mittag. Ich soll nochmal messen. Was soll denn jetzt wieder los sein? Ich habe zwar was gefühlt, aber es war nicht so extrem. Oder sage ich mal lieber so, ich habe es anderen Sachen zugeordnet, weil ich im Moment zum Beispiel wieder auf Lichtangehe. Ich will das jetzt endlich mal definitiv durchziehen. Und darum bin ich im Moment auf der Entgiftung und ich bin nur auf Flüssignauerung. Das heißt, ein Smoothie immer mal morgens mit Früchten und ganz leichten Smoothie, das ist ja nicht gehaltvoll. Da ist zwei Drittel Wasser, ein Drittel Früchte, aber Volumen. Und dann eben am späten Nachmittag dann einen warmen Smoothie, das heißt ein Gemüsesmoothie. Auch ganz leicht, da nehme ich ganz wenig Ware, sozusagen Gemüse, damit es schön leicht ist, damit mein Magen nicht überdehnt wird und damit es auch voller Nütze haben kann. Und darum habe ich ein bisschen Kopfschmerzen manchmal jetzt, ganz leichte. Das hat mit der Entgiftung zu tun von meinem Körper, weil ich verschiedene Stoffe dann nicht mehr zu mir nehme oder ganz wenig zu mir nehme. Wie Zucker zum Beispiel oder auch Kaffee, da habe ich dann gar keinen mehr seit einigen Tagen, den ich trinke. Das macht das dann eben aus und so konnte ich das nicht sofort zuordnen, woher es kommt. Und dann als Zuschauer mir gesagt hat, ich sollte messen, okay, da war mir sofort klar, da ist fast im Busch. Habe ich dann auch gemacht und Michael, ich danke dir sehr dafür, dass du immer auch bereit bist, die Kontrolle von den Werten sofort zu machen, weil du ja im Messsteam bist. Das hilft mir immer, ich meine, ich messe sowieso zwei, drei Mal und wenn ich dann von dir die Bestätigung bekomme, von Ulrike, bekomme ich sie auch, aber bei Ulrike, die hat nicht immer so viel Zeit und dann muss ich sie extra darauf ansprechen. Aber du bist immer derjenige, der als erstes bestätigt, da freue ich mich nicht immer drüber und das ist auch gut so. Ja, wie siehst du das oder wie hast du heute Morgen die Werte empfunden? Ja, ich merke das ja besonders immer schon in der Nacht. Also ich schlafe dann sehr unruhig, sehr flach und ich merke dann schon, irgendwas passiert wieder. Und ich bin dann halt ein Mensch, ich bin sehr unruhig und daran halt merke ich, dass irgendwas mit den Werten passiert. Und dann frage ich dich auch oft, Gio, siehst du das auch so? Und ich bekomme dann von dir auch sehr schnell meist eine Bestätigung dafür. Ja, okay. Also es war jetzt phänomenal, ich muss jetzt selber gucken. Sorry, ich weiß nicht mehr, wie der letzte Wert war. Auf jeden Fall hatten wir ja heute Morgen eine Sekunde. Heute Morgen sind wir davon ausgegangen, da waren 93 Nullen. Und dann waren wir auf einmal über 100, ich weiß jetzt nicht mehr den Wert, von heute Mittag 12 Uhr. Und jetzt sind wir schon auf 308 Nullen gewesen um 16 Uhr. Ja, ja. Also das ist ein riesiger, riesiger Schluck. Und interessant in dem Zusammenhang ist dann immer, dass die einen Menschen fühlen das, die anderen Menschen fühlen gar nichts. Und da kommen immer diese berühmten Fragen auf, du fühlst das ja auch. Also ich will jetzt nicht klassifizieren oder Bewertungen abgeben, das stimmt mir gar nicht zu und das mache ich auch nicht hier. Es geht einfach darum, dass ich sage, Menschen, die eher erwacht sind, die sind sensibel für diese Energien als Menschen, die nicht erwacht sind. Menschen, die nicht erwacht sind und die sagen, das macht mir alles gar nichts aus, was da draußen passiert, ich liebe mein Leben. Und ganz klar, denen darfst du auch nichts erzählen von Gott oder von sonst was. Das ist alles Blödsinn, hörst du dann immer. Also das sollte man dann akzeptieren, das ist ja dem sein Wille und das tun wir dann auch. Ich will immer wieder das wiederholen, liebe Freunde und Zuschauer. Wenn wir von, also mich ja genauso wie ich, wenn wir von Gott reden, dann reden wir nicht von einem ganz spezifischen Gott. Und schon gar nicht von einem Gott mit langem weißem Bart, der auf Wolke siebel sitzt und unter den Kopf schüttelt, was wir hier tun. Also Gott ist ganz einfach für uns, das ist der Michael der Selbenmeinung, der kann sich auch gerne dazu äußern. Das ist einfach diese universelle Energie der Liebe und diese Welle, die jetzt runterkommt zu uns Menschen hier, will ich auch wiederholen. Ich habe das schon öfters erwähnt in Videos, aber ich würde heute noch mal viel Neue, die erwacht sind. Das ist Joshua oder wie wir allgemein sagen, Jesus. Das ist an sich eine Prophezeiung aus der Bibel, die sich heute im Hier und Jetzt erfüllt. Sobald ich dann die Bibel zitiere, dann werden die meisten, nein, ich will nichts wissen davon. Das ist ganz verständlich, kann ich gut nachvollziehen, ich auch nicht. Ich will von der Bibel auch in der Form, wie sie draußen gelehrt wird, auch von der Katholikin will ich nichts wissen. Aber ich zitiere ganz gerne die Bibel, weil nun mal die Bibel Gottes Wort ist. Und als Gottes Wort hat sie absolut Berechtigung, respektiert zu werden und gelesen zu werden. Es kommen immer diese Argumente, ja, wenn man das liest, dann kann man ausdenken, wie man will, die Bibel ist verfälscht worden und so weiter und so fort. Ganz klar. Aber einzelne Texte, die drin sind, die werden immer ihren Bestand haben und Prophezeiungen vor allem. Die sagen alles ganz genau voraus, was in unserer jetzigen Zeit hier passiert. Und das ist das Schönste. Und wenn man dann auch noch den Kontakt hat zu dieser Welle, die an sich Jesus oder Joshua ist, dann ist das doch fantastischer. Man kann mit diesen Geschöpfen reden und man bekommt Antworten, wenn man sich mit dieser Materie so beschäftigt. Selbstverständlich gibt es auch da einige Dinge zu berücksichtigen. Wie man sich verbindet und dass alles das auch so stimmt beim Pendeln und so weiter und so fort. Da genügt es nicht, dass man sich einfach hinsetzt und einen Pendeln in die Hand nimmt und denkt, das war es. Dann geht es darum, dass man sich jedes Mal energetisch reinigt. Das heißt, alle Energieräufe und so weiter weg macht, weil die das Resultat verfälschen. Und so kann man an sich alles auspendeln. Wenn man Pendeln gelernt hat, kann man sogar, wie ich dir neulich gezeigt habe, seine Kalorien ausmessen, die man gerade gegessen hat. Man kann auch die Kalorien ausrechnen, auspendeln, die man vielleicht verbraucht hat, wenn man Sport gemacht hat, wie du. Übrigens fange ich morgen wieder an, mein Fitnessprogramm durchzuführen. Ich mache das dann bedingt mit meinen Möglichkeiten und zu Hause. Und man kann alles messen, also dann kann man auch diese Schwingungen messen. Man kann auch Nahrungsmittel messen, ob sie gut für sich sind oder nicht gut für dich sind. Ja, das war an sich schon das, was ich sagen wollte von den Werten, die immer noch am Steigen sind. Ich bin mal gespannt, wo sie hochkackseln heute, denn so eine massive Ansteigung für heute haben wir schon lange nicht mehr. Dazu sei noch zu erwähnen wieder, warum haben Menschen Schmerzen, Kopfschmerzen, warum haben Menschen Gliederschmerzen, warum haben Menschen auf einmal Rückenschmerzen. Das sind zwei verschiedene, grundverschiedene Dinge. Einmal sind das Energieräuber, ja, denn es gibt keine Krankheit in dem Sinne, wie wir sie kennen. Es gibt nur wenig Energie, dann kommen Schmerzen und es gibt viel Energie, dann geht das uns gut. Also liegt das nur an unserem Energiefeld. Ich betone hier selbstverständlich, wenn irgendjemand ein Gebrechen hat oder sonst was, sich verletzt hat, dann hat er schon Schmerzen. Aber auch diese Schmerzen kann man durch Energiearbeit mindern. Das machen wir an sich bei unseren Behandlungen jeden Tag. Michael durfte das auch schon erfahren, dass ich ihm helfen durfte dabei. Und als er dann selber gelernt hat, sich zu reinigen, geht es ihm, seitdem geht es ihm viel besser. Kannst ja vielleicht ein paar Worte. Was für mich ganz prägnant war, seitdem ich diese Reinigung, wie gesagt, beherrsche, also man in den Momenten, wo ich nervös werde oder unruhig und ich reinige mich, kehrt bei mir eigentlich umgehend die Ruhe wieder ein. Und was so wunderschön auch ist, ich kann mich zum Beispiel mit eiskalten Füßen hinsetzen, ich beginne diese Reinigung und nach zwei Minuten durchströmt mich eine pure Wärme, was einfach nur wunderschön ist. Und was ich gemerkt habe, seitdem ich die Reinigung beherrsche, kann ich diese Energie positiv nutzen. Das ist für mich ganz wichtig. Früher haben sie mich unruhig gemacht und jetzt machen sie mich so energiegeladen, dass ich diese Energie positiv verwenden kann. Und das ist halt eine wunderschöne Sache. Ja, das stimmt, da hast du vollkommen recht. Und wenn man dann noch bedenkt, was es uns bringt, diese Reinigungen, was wir davon haben, das ist fantastisch. Dann können wir unseren Körper guttun, in unsere Kraft kommen. Und wenn wir dann noch unsere Familie mit reinigen, dann geht es ihnen auch gut, was mit der wichtigste Teil ist, um ein gutes Familienleben zu garantieren. Jetzt will ich noch eines sagen, warum gehe ich jetzt wieder hin und komme wieder zu meiner Lichtnahrung. Ich bemühe mich, wieder in diese Richtung zu gehen, weil ich eines verraten kann. Ich war schon mal acht Monate nur auf Lichtnahrung. Und dieser acht Monate war praktisch die schönste meines Lebens. Vielleicht nicht unbedingt die ersten drei Wochen. Die waren ziemlich hart, bis man sich umgestellt hat und die Lüste dann wegkommen. Aber danach, die anderen Monate, fantastisch. Man fühlt sich frei, man fühlt eine Freiheit, nie gekannte Freiheit in allem. Man braucht nichts mehr. Man kann Wasser trinken, wo man gerade ist oder mal auf Toilette gehen. Aber, naja, man soll nicht darüber reden. Aber große Toilette, das existiert auch monatelang gar nicht mehr. Das ist für mich das schönste Erlebnis, wenn ich mich mit diesem Schmutz nicht mehr abgeben muss. Das ist wunderbar. Und ich sage immer dann, als Lachen zu Ulrike, da sparen wir noch Toilette. Aber ein kleiner Spaß nebenbei, das muss sein. So, ich möchte noch einen Tipp geben. Ich habe mich wieder entschlossen, diese Lichterung zu machen, zu praktizieren. Und darum bin ich jetzt über mein Name entgiften. Dieser Entgiftungsprozess dauert an sich drei Wochen, gute drei Wochen. Und da ist schon einigermaßen Disziplin erfordert. Aber nach dem vierten Tag geht das schon wunderbar. Dann hören diese Entgiftungsschmerzen, sage ich mal, auf, die dann auftreten. Warum mache ich das? Ganz einfach, weil ich weiß, durch die geistige Welt, dass diese Schwingungen im Moment richtig hoch katapultieren und dass dadurch sehr viel in Bewegung gesetzt wird. Und ich will meine Arbeit so verrichten können, dass ich voll einsatzfähig bin für die geistige Arbeit. Und das geht bei mir nur, wenn ich Lichterung mache. Dann bin ich frei von allem, was mich belastet. Milchprodukte, es geht gar nicht mehr, vielleicht rede ich mal gar nicht mehr davon, aber tierische Stoffe sind heute in unserer Nahrung überall drin. Und Ulrike hat nach langem Zögern endlich jetzt den Mut gehabt, dass sie solche kleine Vorträge macht über Sofenga zum Beispiel, wo jeder dann ein bisschen reinschnuppert kann, warum, wieso und was, wo, in welcher Nahrung drin versteckt ist und wie man sich damit helfen kann. Ich war jetzt zweimal nicht dabei, sie hat das wunderbar gemacht und gefällt mir sehr gut, dass sie die Initiative ergriffen hat. Denn als ich sie kennenlernte, hat sie noch zu mir gesagt, das war vor sieben Jahren, die Zeit läuft weg, hat sie zu mir gesagt damals, das ist alles schön und gut, dass du Veganer bist, aber meine Fleisch, nee, Weißwürste, hat sie gesagt, sie hat längere Jahre in München gelebt. Meine Weißwürste, die nimmst du mir nie weg. Und heute ist sie nicht nur Veganerin, sie ist schon Rohkösterin. Und da sie in relativ kurzer Zeit, wo sie das geschafft hat, klar war ich auch daran beteiligt, weil ich immer gejammert habe, wenn sie so gut gekocht hat. Sie macht so ehrliche asiatische Gemüsepfannen und so weiter mit diesem speziellen Reis, diesem, ich weiß nicht, wie der heißt. Aber das hat immer so gut gespeckt, dann habe ich immer wieder ein bisschen mitgegessen. Ich konnte mich gar nicht beherrschen. Und davon will ich aber jetzt wieder wegkommen. Und jetzt ist es viel, viel einfacher, weil Ludricke schon Rohkösterin in der Zwischenzeit geworden ist. Und das ist fantastisch. Das ist für mich eine große Hilfe. Und so kann ich sie wieder ermuntern, mehr auf die Stange zu geben. Darf ich dazu noch einmal was einwerfen, Gio? Ja, ja, du redest ruhig. Ich bin ja auch seit mittlerweile jetzt gut zehn Wochen vollkommen weg vom Fleisch. Und ich habe nicht gedacht, dass ich das so toll schaffe. Es macht mir überhaupt keine Schwierigkeiten. Ich habe auch diese Gelüste überhaupt nicht mehr nach dem Fleisch, seitdem ich mich da so mit beschäftige. Und was ich vor allem mal sagen wollte, wo auch diese Strahlungswerte so toll zu erkennen sind. Ich habe mit meiner Schwester telefoniert und wir sprachen über die Ernährung. Und dann sagt sie zu mir, du, Michael, ich esse auch kaum noch Fleisch. Ich weiß gar nicht, wie das kommt, sagt er. Aber ich will das gar nicht mehr. Also was ich damit sagen will, ich glaube, dass das, wie Gio schon, wie du sagst, das Erwachen findet bei vielen ganz automatisch statt. Und sie kommen in eine Richtung. Und nur wenn man sie darauf anspricht, sagen sie, Mensch, du hast ja recht, mir geht das ja auch irgendwie so. Das ist ein wunderschöner Aspekt, den ich noch dazu sagen wollte. Ja, ja, das stimmt. Das ist ja einfach diese gewaltige Liebeschwingung, die auf dieser Erde jetzt herrscht. Und die verändert uns Menschen. Das war ein gutes Stichwort, Michael. Danke. Die verändert uns Menschen. Und diese Schwingung ist nur darum, ob wir sie annehmen oder nicht annehmen. Ja, das ist der Punkt. Wenn wir sie annehmen mit frohem Herzen, in dem Moment, dann bringt es auch Früchte. Nehmen wir sie nicht an, was ja jedem seine eigene Entscheidung ist, ja, dann werden wir in die direkte Resonanz kommen. Und das ist wichtig zu wissen, liebe Zuschauer. Wir sind nicht mehr wie früher. Früher hat es gedauert, so und so und so lang, bis der Körper reagiert hat. Und in dieser Zeit, wo wir jetzt leben, sie leben wie in der direkten Resonanz vom universellen Gesetz der Liebe. Und wenn wir was machen, was nicht in der Liebe ist, für die, die gewählt haben, der Liebe zu sein, gut, das ist die Voraussetzung, dann kommen sie sofort in die Resonanz, damit sie sich korrigieren können. Und das ist dann die Ursache, warum die einen jammern, ich habe hier weh, ich habe da weh, ich habe doch weh. Ja klar, wenn sie noch Milchprodukte essen zum Teil, oder auch nochmal ein Ei essen zum Teil, also irgendwas Tierisches. Und dann kommt die nächste Phase, wo es weh tut, sage ich mir immer, das sind die versteckten tierischen Stoffe, die überall in unserer Nahrung drin sind. Es ist ein kleines Stück Schokolade, dann ist meistens Schweineblut drin. Das sind die wenigsten Menschen. Besonders die Schweizer brauchen das nicht draufzuschreiben. Trinken wir die Jugendlichen besonders, trinken wir diese Energietränke, weil die uns Freude machen und uns aufbuschen, dann ist Taurin drin. Das heißt, da ist auch zum Blut drin, Extrakte davon. Also überall ist versteckt was drin. Und dann denke ich einfach, ja, ich mache jetzt nichts mehr, ich gehe jetzt einfach zum Konditorium, und dann gönne ich mir am Sonntag mal ein gutes Stück Obstsorte, schöne Erbe oder so. Und dann ist es leider so, muss man dazu sagen, das sind nur ein paar Beispiele. Dann ist es leider so, dass so eine Obstsorte dann schöne Gelee oben drauf hat, und da kommt noch Sahne drauf. Meistens wird in die Sahne auch noch Gelatine mit reingemacht, in dieses Gemisch. Und dann ist Gelatine auf dem Kuchen. Gelatine, solange es nicht von Agar-Agar, also von Algen und so weiter gemacht ist, die meisten Bäcker arbeiten immer noch mit hier Gelatine, weil es eben preiswerter ist. Und wenn euch das mal interessiert, um auch da die Wahrheit zu erfahren, dann geht einfach auf YouTube und gebt einfach in die Suchleiste ein, wie wird Gelatine hergestellt, oder die Herstellung von Gelatine. Wenn ihr das einmal geschaut habt, werdet ihr nie wieder sowas essen. Das sind die besten Lehrmeister, sage ich dazu. Michael, wenn du noch einen Gedanken hast, ich wollte nämlich nur noch kurz das erklären, was im Moment abgeht, im Außen, oder hast du da auch einen Gedanken? Nein, das war jetzt eigentlich alles, was du gesagt hast, ist stimmig für mich gewesen. Ich habe gerade über die Gelatine noch mal ein bisschen lächeln müssen. Das ist mir auch erst vor ein paar Wochen so wirklich aufgefallen. Aber es ist schon wirklich Wahrheit drin, wo überall Gelatine drin ist und wie die gemacht wird, ist schon fürchterlich. Und da sind, wenn man Kinder hat wie du, sind die Kinder sehr betroffen. Die denken, dann ist das ja kein Fleisch. Und dann gehen sie hin und das sind ein Pudding oder sonst was, was sie im Supermarkt kaufen, da ist überall Gelatine drin. Die Fertigpudding sind und so weiter und so fort. Ich habe vor allem auch festgestellt, also als kleinen Tipp mal an die Zuschauer, wer gerne Milch trinkt. Also die Sojamilch ist noch viel cremiger und leckerer, muss ich wirklich sagen. Komme ich ganz toll mit aus. Und das nur als kleinen Tipp, Sojaprodukte schmecken wirklich mittlerweile, wirklich klasse. Wobei nur noch zu erwähnen ist, Michael, alles, was die Industrie im Moment auf den Markt bringt, sei es seit Darm, sei es von der Rückenwalder Mühle, diesen Aufschnitt, das genauso schmeckt wie richtiges Fleisch, All diese Dinge sollten nur eine Hilfe sein und als Übergang dienen zu einer gesellschaftlichen Ernährung. Besonders bei Jugendlichen, bei Kindern, denen kann man das dadurch erleichtern. Aber das gehört genauso wenig in unser Nahrungsfeld wie Soja oder sonst was, wo wir noch nicht mal wissen, dass genverändertes Soja, was da geerntet wurde und so weiter und so fort. Aber das sei dahingestellt, als Übergang ist es immer besser, die richtige Milchprodukte zu sich nehmen. Und das ist der beste Weg, mal davon loszukommen. Und das Schöne ist ja auch, es wird ja immer einfacher. Ich merke es ja bei mir auch, je länger man das macht, es wird immer einfacher. Ja, genau so ist es. Also diesen guten Rat wollte ich euch heute mit auf den Weg geben. Und dann bedenkt bitte, was diese Schwingungen ausmachen und bewirken. Ich habe vorhin gesagt, von zwei Wegen. Einmal habe ich jetzt den körperlichen Weg erklärt und dann beschreibe ich noch den seelischen Weg ganz kurz. Da geht es darum, dass unsere DNA auch vom Körper sich verändert durch diese enorme Schwingungssteigerungen. Und dann werden diejenigen, das ist wieder ganz schwer zu bezeichnen oder zu erklären, aber die geistige Welt arbeitet mit unseren Körpern in einem Bereich, im geistigen Bereich, meistens nachts. Wir wissen nichts davon. Diejenigen, die das bewusst auch mitbekommen, die sind schon ein paar Stufen höher in ihren Begriffsmöglichkeiten und andere bekommen das meistens gar nicht mit, aber es passiert trotzdem, bewusst oder unbewusst, das wollte ich damit zeigen. Und alle diese Dinge, die können wir uns selber noch steigern, wenn wir eben, wie Michael frisch gesagt hat, lernen, diesen Energiekörper zu reinigen. Das ist sowas von wichtig. Dann haben wir auch keine Probleme mehr. Klar werden wir immer noch diese Anstiege merken, aber wenn wir uns dann in dem Moment sofort, sobald wir den Druck fühlen, uns reinigen, geht es sofort besser. Und das wissen viel mehr Menschen, als ich jetzt hier so bezeichnen kann. auf jeden Fall ist das ein wichtiger Teil unserer Zukunft. Dann will ich noch etwas sagen, was immer wieder mir die Frage gestellt wird. Ja, Gio, wenn du jetzt, wenn ich dich nicht beantrufen kann, wie geht was? Ich bin gar nicht maßgeblich. Wir können auch ohne Fernsehen, ohne Video, ohne PC kommunizieren. da ist unser Freund Alfred ganz führend da drin. Er macht so viele Seminare und Workshops damit von diesen Telepathie-Events. Und ich gebe mich auch schon seit jeher, seit ich arbeite in dieser Form, gebe ich mich damit ab. Und brauche mittlerweile gar, ich brauche gar nicht mal anzurufen. Ich gehe in dieses morphogenetische Feld, rufe jemanden und dann meldet er sich schon irgendwie, dass ich dann weiß, okay, das funktioniert. Und das wird die Zukunft sein für uns alle. Das ist keine Utopie, das ist einfach Realität. Und je weiter wir fortschreiten in unseren Schwingungen, je weiter wir aufsteigen, wie man ja sagt, dazu, desto besser funktioniert das. Das wollte ich auch noch erwähnt haben, und ansonsten freue ich mich, wenn die Werte weiter so steigen. Ich danke dir, Michael, dass du mal wieder richtig mitgemacht hast. Es ist viel einfacher, mit dir zu reden, dass man dann die Worte findet, denn wenn man allein vor dem PC sitzt, ist es immer schwieriger. Und wenn du noch einen Gedanken hast, dazu, ich denke, dann, Herr, nicht zum Beispiel. Ja, also ich muss sagen, mein Sohn zum Beispiel, der Henry, der merkt das ja auch im Moment ganz toll, aber der hat sich auch aus einem kleinen Racker im Moment in einen liebenden Menschen gewandelt, was mich immer ganz, ganz toll wundert. Und meine Frau hat ja das Reinigen zum Glück bei dir auch gelernt. und die Familie ist seitdem viel, viel harmonischer. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Man fühlt Liebe mehr, man gibt Liebe mehr, man hinterfragt oft Dinge, die man tut. Und ich kann also eigentlich nur sagen, es ist alles ins Positive gegangen, seitdem ich das auch gelernt habe und ich kann es nur so weitergeben. Das ist einfach Wachstum. Und wir wollen ja alle wachsen. Also, wenn jemand Probleme hat damit, meldet euch einfach bei mich, meldet euch bei mir. Wir können euch auch da hin weiterhelfen oder bei Rikke oder bei sonst jemandem, wo ihr wisst, der hat auch diese Methode schon gelernt. Ich bitte es jedem an, aber jeder ist frei zu tun, was er möchte. So, bedanken wir uns. Wenn ihr Fragen auch zu den Werten, schreibt uns einfach eine E-Mail. Wenn ihr Fragen habt zu dem, was ich gerade erwähnt habe, über die Ernährung, seid bereit, einfach reinzulauschen, wenn ihr wollt und ihr werdet sehr viele gute Tipps bekommen von uns. Und wichtig möchte ich noch gerne zum Abschluss sagen, an alle Menschen, seid einfach offen dafür. Ja. Das ist ganz wichtig. Seid einfach offen und der Rest ergibt sich dann oft. Okay, danke für alle und tschüss von alle.